Hi, mein Name ist Marky und ich suche ne Freundin. Also, falls ihr da draußen nen Tipp habt, wo ich eine finden kann oder so, oder falls ihr Interesse habt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Was? Ihr habt keine Interesse? Junge, da hast du den Salat. Ach so, nein, ich meinte, ich hab ne Freundin. Und zwar hier, Megan Fox. Wir zwei sind lange und glücklich zusammen. Stimmt's, Megan? Lass mich raten, da ist nicht Megan Fox, oder? Aber, Ladies und Gentlemen, im Internet gibt es auch eine dunkle Seite. Diese dunkle Seite heißt Stark Web. Und wir haben uns schon angeschaut, was passiert, wenn du dir einen Clown im Dark Web bestellst. Und was passiert, wenn du dir eine Spinne im Dark Web bestellst. Und heute werde ich mir zusammen mit den anderen zwei Jungs eine Freundin im Dark Web bestellen. Deswegen, jeder, der auch gerne Megan Fox als seine Freundin hätte, oder irgendeinen Freund oder was auch immer haben möchte, Lässt einen Daumen nach oben dann, denn dann, wenn ihr ihn drückt, passiert nichts. Also, ihr seid danach immer noch Single. Also, habt nicht die Erwartung. Ich meine, ihr könnt's ja mal versuchen. Vielleicht klappt's ja bei euch, wenn ihr Daumen hoch drückt. Vielleicht kommt Megan Fox. Ich hab gehört, bei 7777 Likes erscheint die einfach so. Buh! Und da steht sie hinter euch. Buh! Geht los! Auf geht's, Jungs! Ah, ja? Okay. Es ist Tinder im Dark Web. Okay. Ah, ja? Okay. 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 Die suchen sich also jetzt... Moment mal, wieso... Warte mal ganz kurz, warte, was? Ja, Regie, Jungs, kann ich mich da auch anmelden? Glaubt ihr, dann krieg ich eine? Ja, denkst du bestimmt. Glaubt ihr, ich krieg dann eine? Ist halt hässlich. Ja, krieg ich hin? Okay, mach mal. Schreib im Profil einfach. Ich hab blaue Augen und hab 10 Millionen Abos auf... Oh, die Kamera läuft noch. Hm? Was? Wir sind noch live? Tue so, als wärst du einfach nicht da. Leute, hab ich da gar nicht gesehen. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Bruder, das war so cringe. Das ist Maki. Maki ist einsam. Wenn auch du nicht so einsam sein möchtest und niemals so werden möchtest wie Maki, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Denn verdammt nochmal, sonst endest du wie der ein einsames Schwein, Alter. Abonnier jetzt. Los, Mann, was ist das? Guck dir das Gesicht mal an. Willst du so enden wie der? Nein. Wer abonniert, der wird reich. Gut, wir gucken jetzt. Jungs, was habt ihr? Sie sind auf der Seite angekommen. Im Dark Web, ne Dating-Site. Digga, das kann nur schief gehen. Bro, das kann nur schief gehen. Was sind das? Bruder. Was sind das für Bilder? Hat der denn Mario Mütze in Tinder auf? Haha. Marchester, das kannst du doch nicht machen. Okay, also wir haben ein paar. Weeeee. Memo, guck mal. Weeeee. Memo. Weeeee. Weeeee. Memo. Weeeee. 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 I'm just a wax doll that wants to be melted. Until my body is violently jerking on the floor. Weeeee. That doesn't make any sense. Oh, look. She sent you a message. She sent you a message. Yeah. WTF, was war das für ne Profilbeschreibung. Sie fragt nach seiner Nummer. Gib nicht die Nummer. Bruder, gib nicht die Nummer. Mach alles, aber gib nicht die Nummer. Gib nicht die Nummer. Er sagt, gib ihm die Nummer. Er sagt, gib ihm die Nummer. Der andere Dude sagt auch, mach's nicht. Da ist was falsch. Er gibt die Nummer. Er hat die Nummer gegeben. Das war's komplett. Zwei Stunden später. Sie kommt morgen vorbei? Er macht das doch nicht. Er sagt, findest du's nicht komisch im Dark Web? Brooo. Er fragt, wann kommt sie vorbei? Drei, ja. Ah, 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 sie kommt um 83. Nein, na, 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 na. Ich bin raus, Jungs, macht euer Video. Ich bin raus aus dem Bums. Guckt selber weiter. Hör auf, ich setz mich da nicht hin. Setz du dich doch hin. Guck du weiter. Du zu Hause unter deiner Bettdecke. Ja, ja, ich seh wie du da unten liegst, Timmy. Ja, ja. Schön unter der Bettdecke eingewickelt. Ich mach nicht. Mach selber. Hau ab. Nö jetzt. Hau ab. Yo, die hatte einfach als ihre Biografie in diesem Profil stehen. Ich bin eine Wachsfigur und ich möchte quasi tropfen und, und, ge, ge, schmilzen und so. Wicht hier F, Bro. Ich sag jetzt schon. Ach, Digga, das wird, oh nein, das wird irgendein Dude sein, der den abschlachtet. Es ist vor allem, oh mein Gott. Also kaufe mir ohne Freundin im Dark Web, man. Es klopft, okay. Ey, es ist 3 Uhr nachts. Oh nein. Okay. Ich bete für ihn, es ist, sie, sie ist es. Ich bete für dich, Megan Fox, Bruder. Sie ist es. Ich glaub dran. Für dich positive Energie. Und? Hi, how's it going? Oh mein Gott, Bro, das ist sie nicht. Hi. Bro, WTF, das ist sie nicht. Bro, WTF, das ist ein... Oh nein. So are you Chester? Ja. Nice to meet you. Burns? Okay, nein, Bro. Ah nein, macht Tür zu. Hau die Olle weg. Bitte, sorry. Ey. Schick die mit dem Bus nach Hause. Taxi, gib ihr Geld. Sag mit dem Taxi, hau ab. Oh nein, Bro. Die ist psychisch, die ist psych... Die ist psychisch weg. Die ist psychisch weg. Die ist psychisch weg. Nein, 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 nein. Sie können ihn wieso machen? Okay. Okay, so Burns, kannst du mir erzählen, warum du starten wollt? Okay, sie fragt, warum wolltest du daten auf dem Dark Web? Sie guckt ihn nur an. Wo geht's hier? F, ist das creepy. Bruder, was ist falsch mit der? Ah, creepy, die antwortet nur, wenn der redet. Was? Sie fragt, willst du mich küssen? Sag, ah, ah. Ah, ah. Gib ihr Pfefferminzbonbon. Sag, äh, äh. Die fragt, liebst du mich? Euer Friendzone, sie. Bruder, aus dem Dark Web. Es ist vorbei, Bruder. Bro, die wird dich... Geh! Oh, Bruder, die wird komplett tschau. 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 Liebe. Bitte kick die aus. Was ist falsch mit der? Die fragen, ist mit ihr alles gut? Sie sagt, darf ich dein Hund sein? Was? Ah, ah. Ah, ah. What are you doing? Fui. Aus. Sitz, mach Rolle. Aus. Aus. Mach Rolle. Dreh. Sitz, ein Feini. Aua. Spring. Gib Pfote. Was ist los mit dir? Yo, das ist irgendeine... Ey, bitte, bitte. Ruf Polizei. Ruf irgendwie Psychiatrie an und sagt, wir haben eine, alter Safeness des... Bro VTF. Das ist eine, die hat irgendwie eine Persönlichkeitsstellung. Die denkt, die ist ein Hund, die trinkt aus... Oh Gott, alter. Okay, Bro. Es ist... Nein, 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 nein. Ey, bitte, bitte schmeiß die aus dem Haus. Jungs, bitte, bitte, bitte. Schmeiß die aus dem Haus. Kauft doch nicht im Dark Web ne Freundin. Bro. Sie macht weiter. WTF. Sie macht alles, was der sagt. WTF. Sie hat aufgehört. Sie sagen... Er will, dass die übernachtet. Sie sagen, wir sehen dich morgen früh wieder. Bro, WTF. Sie sagen, sie haben versucht zu schlafen, aber die hat immer... Geräusche gemacht. Oh nein. Sie macht immer noch laute Geräusche. Sie ist weg. 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 Oh nein. WTF. Die hat sein Handy genommen. Bro, WTF. 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 Alles klar, sie hat sein Handy kaputt gemacht. Weil irgendein Bild von irgendeiner Frohdopfer. Was ist denn falsch mit der? Die will ein Hund sein, dann... Okay, jetzt geht's los. Bruder, ich boxe sie um. Bam ins Gesicht. Notwehr. Bam, bam. Bam, rechter Kinderhacker. Hau ab. Das ist mein Haus. Raus. Maschallah, Jungs. Ich hab euren Rücken, Alter. Bam. Komm her. Bam. Maschallah. Bum. Ich hab euren Rücken, Alter. Bam. Er sagt, warte mal was. Okay, sie ist weg. Am nächsten Tag. Er sagt, er hat noch... Das war auf dem Handy drauf. Wer ist das? War das du? Nein. Die hat ihn gefilmt nachts. Wie gruselig. Die hat sein Handy genommen und ihn nachts gefilmt. Ach du heilige Bro. Yo, Alter. BTF, Mann. Was war mit der falsch? Ey, Ladies und Gentlemen. Okay, wir hatten jetzt schon einen Clown. Der war komplett... Gruselig pur. Wir hatten eine Spinne im Dark Web, die irgendwie mutiert war und auch krankgruselig war. Und das war einfach eine Frau, die komplett wischiwaschi, wischiwischi war. Ey, Ladies und Gentlemen. Ey, geht niemals ins Dark Web. Macht da niemals was. Und ihr wisst Bescheid. Bei 7777 Likes gucken wir uns die nächste Folge an. Und gucken, was wir noch aus dem Dark Web kaufen können. Wenn's sich gefällt, lasst einen Daumen nach oben da für einen weiteren Teil. Kostlos abonnieren. Nicht vergessen, damit ihr immer sicher seid. Und solche komischen Leute nicht in euer Haus kommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich... Geh jetzt erstmal... Tinder, was? Dark Web? Nein, ich geht's nicht ins Dark Web und suchen alle Freundinnen. Was? Nein, ich bin nicht so einsam. Hör auf! Ich doch nicht. Nee, nee, ich geh nicht ins Dark Web. Nein! Machi, bist du eigentlich noch da? Hallo? Ach, er ist einfach weggegangen, Mann. Aber egal, dann nutze ich jetzt die Chance. Kann mir eigentlich jemand auf Instagram folgen? Ich... Und dann...